Servus, ich bin der Olli Zegg vom Alten Spital in Fichtach. Wir machen Konzerte den ganzen Sommer durch zwischen 3 und 5 die Woche und wir freuen uns auf euch. Liebe Kulturfreunde, mein Name ist Franz Wittmann, ich bin der erste Bürgermeister der Stadt Fichtach. Endlich dürfen wir wieder wunderbare Kulturveranstaltungen, Ausstellungen und noch vieles mehr Ihnen präsentieren. Herzlich Willkommen im Fichtach, wir freuen uns auf Sie. Grüßt euch, wir vom Kino Fichtach haben frisch renoviert und können es kaum erwarten, euch wieder hier zu begrüßen. Wir freuen uns auf euch! Ich bin der Jana, ich bin der Franz, ich bin der Jakob und ich bin der Walter. Wir sind die Wanderführer vom Fichtacher Land. Wir freuen uns auf euch! Wir sind das erste Team und freuen uns bald wieder auf euch! Wir freuen uns auf euch! Wir sind das Team von der Gläsernen Scheune und wir freuen uns auf euch! Der Bayerische Wald, die Fichtach und die Naturcamps machen wieder auf! Raus in die Natur, rein ins Abenteuer! Wir freuen uns auf euch! Ich bin der Flo von den Aktivcoaches. Mein gesamtes Team und ich freuen uns, euch bei Gesundheitsreisen begleiten zu dürfen. Wir freuen uns auf euch! Wir freuen uns auf euch! Wir freuen uns auf euch!